ok leute es geht weiter mit avalon code und ich habe das jetzt schnell gemacht diesen komischen dungeon mit den komischen komischen messerwerftechniken hier ich gehe jetzt wieder zurück und zu gucken was auf der linken seite war wir sind ja nach rechts gegangen ich will mal wissen was links ist vielleicht ist irgendwas vielleicht auch nicht aber der versuch ist auch wert da mal nachzugucken betätiger der schalter level bändet ohne zu töten ok das nur zwei schalter ohne zu töten hat er gesagt so verdammt ok 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 jetzt habe ich das so geschafft 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 das ist doch super level bändet zu töten ich kriege silber ich wusste es ich habe es einfach gewusst wieso sind die nutzer noch da wieso ich dachte habe alle jetzt getötet anscheinend ist das nicht so ok ok kein problem wenigstens mit das jetzt gemacht ich will ja alle ihr kommt alles komplett haben hier vielleicht kriegen wir jetzt vielleicht kriegen wir ja was dafür ich weiß es nicht deswegen mache ich mal alles komplett mini 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 nein nein nicht wieder die gleiche spiel bug ist geil und da noch einer komme ich da an ok ach dieses spiel ist echt schwer dass ja alles 3d grafik hier ganz retromüssig wollte ich hier hin das weiß ich nicht okay ich wollte hier hin mini 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 minii und ich weiß was als nächstes bei den nächsten dann schon kommt aber bis nach geguckt deswegen mache ich jetzt bloß schnell auf schwert zuürt battlesgewert aber wie lange wenn noch dieses dungeon dauern hier habe langsam kein bob mehr aber ich komme eigentlich fix wo Щaa die sie zugeben okay jetzt kommt's pinned sieg alle gegner sirius platz 21 und dann gibt es wieder zwei wege oben oder und oben oder links ok ok wo bist du gegner so und du auch die haben schlecht einzigend so fall runter dankeschön dass runter gefallen bis so so die von jahle runter dankeschön danke dass ihr kooperiert okay das geht jetzt ein bisschen schneller voran als davor okay geschafft das ist doch klasse muss ja richtig möglich hinsetzen wieso sollte ich hier wollen es machen das bringt mir doch nichts hier diese wo die zu machen dämlich dämlich geht es mal nach links vielleicht ist da was auch wieder so ein raum okay betätigt alle schalter zerbricht ist ja okay ich brauche das messer wieder ich brauche ich muss ein bisschen wieder naruto spielen bisschen naruto techniken jahren geben und so karte was ist das denn ach so dass ein was ist das wie ein bug so ok karte wo zum teufel soll ich hin okay verdammt fick dich doch so ich habe getroffen oder ich weiß es nicht verdammt waffen hammer hammer verdammt schneller sonst fickt mich dieses scheiß skelett hier was 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 los was so so ist es also ok ok kein problem also jetzt am anfang ganz nach unten hier und jetzt einfach darüber jetzt waffen geschoss und das hier das ist doch ein ganz kurzer prozess hier das haben wir jetzt geschafft ich scheiße auf die kisten hier ich will einfach hier weiterkommen geschafft was ich bekommen ja ich habe silber gold habe ich noch wenig bekommen scheiße aber egal scheiß auf die kisten die brauche ich nicht das habe ich doch genügend und ich gehe einfach mal hier hoch betätige alles schalter ich glaube glasher komme ich zum ende okay verstehe 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 ich muss jetzt nur ein schalter bewegen scheiße finde ich du scheiß opfer ach waffe du willst du willst du dich an das ist ein problem dass du jetzt irgendwie schläge bekommst von mir du hast es einfach verdient du denkst du bist stärker krieg in dein grab zurück wie du kannst mich an wie du kannst mich an du fettkopf so bleibt doch mal verdammt so kommen nervt mich jetzt bitte nicht bitte nervt mich nicht ok bitte lass mich in ruhe ich hoffe dich du scheiß mumien missgeburt ich hasse dich komm her komm her du spaß die ich bring dich um komm komm du denkst du du kannst dich besiegen oder was komm her drecksbalg ich bring dich um du nein ich sag das nicht seine mama hat mir nichts getan warum mache ich eigentlich diese hier kann doch gleich hier diese machen ok komm ah der dumme tut weh und was kommst du zu mir du fettkopf komm verschwinde fettmissgeburt ok schlag nicht so oft komm mach mal ein bisschen schneller ich habe nicht alle zeit der welt du lernst nicht aus den fehlern oder du lernst echt nicht aus den fehlern ok jetzt so und jetzt die andere hier geschafft so ist es einfach wenn die scheiß mumie weg ist boah ok ich habe gold ich habe gold das ist klar dankeschön danke 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 schön und jetzt einfach nach oben aber bis egal mit silber waffen mehr als 10 volleys ok ähm hallo wie geht es dir was ist das wie eine missgestalt ach so böses auge du bist also böse habe ich gelesen ja ach fick dich ins knie du böses auge missgeburt ich habe mir selber waffen mehr als 10 volleys ah stimmt ja ich kann hier volleys benutzen stimmt das mache ich dann mal jetzt sage ich euch mal wie ich in die galaxie puste so 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 mehr als 10 volleys hat er ja gesagt ich mache irgendwie mehr als 10 gleich 9 oder war das 15 volleys so ich poste dich in die galaxie weiter ok du bist weg schade 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 so 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 geht es doch schneller und ich verliere auch keine zeit dazwischen ha 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 das ist doch klasse so mag ist so mag man das doch wenn man gehen dann so töten kann so ich muss 15 haben da kriegt auch noch diesen extra bonus der schon längst tot so 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 karte karte willst nicht ok karte trotzdem ok ich sehe problematische probleme mit dem auge hier was sind das eigentlich viele teile in seinem rücken bösens augen das augen ist böse wie viel leben hat das denn 2000 ok egal das ist sowieso schon längst tot oder oder doch nicht so noch einmal dann habe ich 15 erreicht nein 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 ich spring dich um du scheiß auge Ach So, so, so Das dauert etwas für so lange mit dem Volley Komm, stirb doch, verdammt So Okay, geschafft Okay, okay, okay Ich glaube, wir sind beim Ende Kämpfe mit Silberwaffen Silber habe ich bekommen Das ist doch irgendwie Ironie des Schicksals Und wo habe ich jetzt diesen Scheißkrug bekommen? Oh, da oben glaube ich Ähm Ja, das haben wir jetzt auch gemacht Okay Da werde ich doch gleich mal das benutzen, was ich ja bekommen habe Von diesem komischen Blitzauge Ah, verdammt Okay, Monster Was war da? Ein Dämon Ja, das war ein Dämon bestimmt Ja, das war ein Dämon Ich mache aus Dich ein Eis Teil Monster Bumsi So Komm schon So Und so Eisböses Auge Okay Okay, das hier raus Das hier auch raus Wir brauchen sowieso zwei Blitzdinger So Blitzschlüssel Okay Okay, jetzt Komm Soll ich reingehen oder nicht? Soll ich reingehen oder nicht? Hm, ich gehe einfach mal rein Bereich des Wächters Okay Okay Hm Aha, dort ist er Das ist er Damit wären wir vollzählig Er kommt zu uns Er hat uns gesehen Ihr, der ist ja viel größer als die anderen Warum eigentlich? Und der sieht doch viel, viel cooler aus Obwohl ich blind bin, kann ich euch alle spüren Schön, wieder bei euch zu sein Endlich lerne ich Dich kennen Du wurdest vom Buch der Profession auserwählt Auf jeden Fall Kommt das Ende der Welt viel eher, als wir alle erwartet hatten? Wie kann das sein? Frag mich das nicht, ich kenne mich gar nicht hier aus Mit meinen Flügeln Hoppla Es scheint mir an meiner Befreiung wurden die Fallen in der Ruine ausgelöst Was? Die Zirkonosplatz ist ein Waffenkontrollzentrum Der Altver Altfordern? So eine Art altertümlicher Militärschutzboot Ach du Scheiße Ähm, jetzt geht's los Tun wir es So ungeduldig wie immer Analysiere deinen Feind zuerst genau Nicht überstürzen Schon die erste Belehrung Mal sehen, Schwachstelle, schwach Es ist quadratisch und steht auf Stein Und außerdem ist er verdammt hart Roxas, beruhige Dich und finde die Schwäche des Gegners Hm, okay Wer ich da Tor soll Wer ich da Tor soll Ach Aber erst im nächsten Part Tschüss Schmuck und dann geht's Ich werde es